Die Linke kritisiert das Konjunkturprogramm der Bundesregierung insbesondere aus drei Gründen. Erstens, angesichts der Tiefe der zu erwartenden Krise ist es viel zu gering. Wir sagen, es muss mindestens viermal so groß sein wie die vorgesehenen 25 Milliarden Euro. Zweitens, die vorgesehenen Investitionen sind nicht zielgerichtet genug. Sondern streuen über alle möglichen Bereiche. Die Linke sagt, wir brauchen erhebliche Investitionen im Bereich Bildung und im Bereich Gesundheit und ökologischer Umbau. Und drittens, ein wesentlicher Bestandteil des Konjunkturprogramms sind Steuersenkungen. Von diesen Steuersenkungen profitieren aber nicht nur Niedrigverdiener, sondern auch Spitzenverdiener. Um es konkret zu sagen, durch eine Milliarde zusätzliche Steuersenkungen werden die reichen und Spitzenverdiener noch reicher. Und da sagt die Linke Nein. Vielen Dank. Vielen Dank.